Hey, willkommen zurück. Heute reden wir über die wichtige Rolle des Selbstvertrauens, warum es der Multiplikator, der Turbo-Booster für deinen Erfolg mit Frauen ist. Und vor allem möchte ich einmal in Kontext setzen, was Aussehen, Geld und all diese anderen Sachen mit Selbstvertrauen zu tun haben, ebenso wie zum Beispiel Muskeln. Starten wir durch ins Video. Cool, dass du wieder dabei bist und wir haben ja öfter schon darüber gesprochen über dieses Thema Geld, Erfolg, Aussehen, auch Muskulatur. Und das ist immer wieder so ein Streitthema, immer wieder so ein Thema, wo sich die Geister spalten, sagt man das so? Die Geister spalten. Und was du verstehen musst ist, diese Sachen sind nicht an sich attraktiv, sondern sie sind attraktiv by proxy. Also sie sind attraktiv, weil sie auf etwas darunterliegendes hinweisen. Und die Sache, auf die sie hinweisen, ist Selbstvertrauen. Natürlich, Geld hat erstmal an sich keinen Wert, aber wenn du ein Mann bist, der in dieser Gesellschaft, in dieser Welt Geld verdienen kann, dann deutet das darauf hin, dass du ein gewisses Selbstvertrauen hast oder im Laufe der Zeit entwickelt hast. Denn ohne Selbstvertrauen hättest du wahrscheinlich nicht die Fähigkeiten, dich durchzusetzen und Geld hier zu verdienen. Und weil du Geld verdienst, weil du erfolgreich bist in deinem Job oder wo auch immer, hast du das Selbstvertrauen. Und das Selbstvertrauen ist das, was eigentlich attraktiv an dem Mann ist. Es geht nicht um das Geld. Natürlich hat das Geld auch den Sinn und Zweck, dass es Sicherheit schafft für die Frau, für die Familie, die er dann vielleicht auch später plant. Aber erstmal geht es darum, Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, das strahlt das nämlich aus oder das ist ein guter Indikator dafür. Denn du musst ein gewisses Selbstvertrauen haben, aufgebaut haben, eine gewisse Selbstsicherheit haben, um in dieser Welt Geld zu verdienen. So, genauso ist es mit dem Aussehen. Was macht denn gutes Aussehen? Gutes Aussehen sorgt dafür, dass ein Mann Selbstvertrauen aufbaut, weil er sehr viel positives Feedback bekommt. Das Attraktive ist natürlich auch das Aussehen. Klar, das ist Indikator für gute Genetik, ganz klar. Aber es geht hier auch wieder um das Selbstvertrauen. Ja, wenn du gut aussiehst, dann kriegst du hauptsächlich positives Feedback von außen und das baut Selbstvertrauen auf. Das ist zwar Selbstvertrauen, was auf nichts wirklich beruht und was dann auch ohne das Aussehen verschwinden kann, aber es ist Selbstvertrauen. Wir sind wieder zurück beim Selbstvertrauen. All diese Sachen sind immer nur deswegen attraktiv, weil sie auf Selbstvertrauen hinweisen. Weil sie auf Selbststärke hinweisen. Wenn du muskulös bist, gleiches Thema. Ja, du bist einem Prozess gefolgt, nämlich dem Prozess muskulös zu werden und hast im Laufe dieses Prozesses Selbstvertrauen aufgebaut. Gute Karriere? Du brauchst das Selbstvertrauen, um an einen Punkt zu kommen. Gut aussehen? Du hast Selbstvertrauen dadurch gewonnen. Selbstvertrauen ist der Schlüsselfaktor, der unter all diesen Sachen liegt. Ja, diese Sachen haben auch an sich einen Wert. Denn wenn du muskulös bist und viel Geld hast, dann ist da auch dieser Schutzfaktor, dieser Sicherheitsfaktor. Ja, im Kampf sowie mit Ressourcen. Muskeln, Kampf, Ressourcen, Geld. Ja, aber unterliegend ist der Selbstvertrauenspunkt. Selbstvertrauen ist eine der aktivsten Eigenschaften überhaupt und eine der Eigenschaften, mit denen du auch Frauen von dir überzeugen kannst, die du ohne dieses Selbstvertrauen nicht von dir hättest überzeugen können. Das Selbstvertrauen macht einen entscheidenden Unterschied. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie baut man Selbstvertrauen auf? Wir haben schon mal in vergangenen Videos über das Thema gesprochen, das ist aber schon ein bisschen her und deswegen will ich es hier nochmal wiederholen, weil das so elementar ist. Selbstvertrauen wird dadurch aufgebaut, dass man sich Herausforderungen stellt, dass man Dinge tut und dass man merkt, ich schaffe diese Dinge. Dass man sich etwas vornimmt und dass man es schafft, dass man etwas in dieser Welt bewegt. Egal in welchem Lebensbereich das jetzt ist, ob du jetzt Gewichte bewegst oder ob du was in deinem Job zum Beispiel bewegst oder vielleicht in irgendeinem Hobbybereich. Also es muss auch nichts mit dem Job zu tun haben. Du kannst auch durch dein Hobby zum Beispiel Selbstvertrauen aufbauen, wenn du einfach, ich sag mal, einer der führenden Leute jetzt bist in Warhammer 40.000 Tabletop oder was auch immer. Irgendwas, irgendwas was deine Hobbys sind. Durch Handlungen, die du erfolgreich beendest, baust du Selbstvertrauen auf. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel zum Kampfsport gehst und du dachtest vorher von dir, hey, ja, ich bin nicht so stark, ich hab nicht so viel drauf. Und dann gehst du ja zum Kampfsport und merkst, wie deine Fähigkeiten immer weiter steigern oder weiter ist deine Fähigkeiten in dieser Kampfsportschule. Dann baut das Selbstvertrauen auf, weil du merkst, hey, in diesem körperlichen Aspekt kann ich mir jetzt selbst mehr vertrauen als vorher. Hier konnte ich mich vielleicht nicht auf mich verlassen, dass ich mich verteidigen kann. Jetzt kann ich mir mehr selbst vertrauen. Dann wirkst du sicherer, dann wirkst du gelassener, dann wirkst du entspannter. Und all diese Sachen sind sehr anziehend für die Frau. Warum? Weil die Frau das in einem Mann sucht, damit, und das ist wieder dieser biologische Aspekt, die Kinder sicher sind, damit sie sicher sein kann. Sicherheit ist hier der große Faktor. Und Geld, Aussehen, das ist alles nur Hinweis auf Selbstvertrauen. Und deswegen ist es auch so, dass manche Leute, die Geld haben, keine Frauen haben. Denn das ist gar nicht so selten. Diese Leute sind auch bei mir im Coaching gewesen. Ich hab auch Leute gehabt, die haben in wirklich krass guten Berufen gearbeitet, hatten das Geld, aber das Selbstvertrauen nicht. Ja, und deswegen geht es darum, dass du das Selbstvertrauen aufbaust durch Handlungen, dadurch, dass du deine Fähigkeiten erweiterst und merkst, was du alles drauf hast. Deswegen ist es so schlecht, wenn du zu Hause rumsitzt, nur vor dem Fernseher hockst oder vor der Videospielkonsole. Außer du bist jetzt natürlich Profi-Gamer und bist einer der besten Profi-Gamer. Auch das kann dein Selbstvertrauen natürlich stärken, weil du merkst, hey, in diesem Bereich rocke ich einfach. In diesem Bereich bin ich einer der Besten. Selbstvertrauen stärken ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Deswegen mach dir einen Plan, schau, okay, wo kann ich an meine Grenzen gehen, wo kann ich etwas Neues lernen. All das wird Selbstvertrauen aufbauen, weil du merkst, hey, wenn ich etwas anpacken möchte, dann schaffe ich das auch. Selbstvertrauen baut man auf, indem man hier am Punkt X ist und sich denkt, huiuiui, schaffe ich es hier an Punkt Y zu kommen. Dann macht man es, dauert vielleicht ein bisschen, kommt am Punkt Y an und merkt, ha, ich kann mir selbst vertrauen, dass ich das hinkriege, denn das habe ich ja bereits geschafft. Und dann wird es beim nächsten Mal einfacher, weil ich habe ja mehr Selbstvertrauen. Deswegen sind erfolgreiche Männer attraktiv. Erfolg ist ein Proxy für Selbstvertrauen, weil wenn du erfolgreich bist, dann hast du auf diesem Weg Selbstvertrauen aufgebaut. Das ist das Attraktive. Und wenn wir jetzt von Dating außerhalb deiner Liga sprechen, da habe ich letztens mit ein paar Leuten in den Kommentaren drüber gesprochen, dann ist Selbstvertrauen tatsächlich ein Faktor, der dafür sorgen kann, dass du über deiner Liga daten kannst, wenn du wirklich Selbstvertrauen aufgebaut hast. Deswegen sage ich dir, geh raus, sprich Frauen an. Das ist anstrengend, das ist schwierig, das ist eine Herausforderung. Aber dann merkst du, boah, ich dachte, ich schaffe das nicht, aber ich kann das ja wirklich. Selbstvertrauen. Aufgebaut. Du solltest immer Selbstvertrauen aufbauen in deinem Leben mit deinen Handlungen. Nicht Selbstvertrauen abbauen. Nicht die Dinge vornehmen und sie dann nicht machen, aus Frauleut oder was auch immer. Und dann merken, verdammt, ich kann mir nicht Selbstvertrauen, dass ich das hinbekomme. Wenn du dir was vornimmst, sei vorsichtig mit den Dingen, die du dir vornimmst. Wenn du dir was vornimmst, dann hab auch die Absicht, das wirklich zu machen, weil sonst schadest du deinem eigenen Selbstvertrauen. Selbstvertrauen kommuniziert Sicherheit. Selbstvertrauen kommuniziert Kompetenz hier in dieser Welt. Und all diese anderen Sachen, Geld, Aussehen, Muskeln, Erfolg, sind Proxys, sind Hinweise auf Selbstvertrauen. Obwohl sie natürlich auch für sich stehend einen Wert haben, muss man ganz klar sagen. Geld hat halt den Wert der Sicherheit. Das ist schon ein Wert. Wenn du muskulös bist, dann kannst du körperliche Sicherheit bieten. Wenn du gut aussiehst, dann hat das vielleicht soziale Vorteile. Ganz klar, diese Sachen gibt es. Aber Hinweis auf Selbstsicherheit. Und es geht im Kern um Selbstsicherheit. Denn manche Dinge kannst du halt auch einfach nicht verändern. Wenn wir von Aussehen reden zum Beispiel. Ich bin ein großer Fan davon zu sagen, okay, das ist hier ein Aspekt. Aussehen zum Beispiel, den kannst du nur bis zu einem gewissen Punkt verändern. Was du aber verändern kannst, und zwar ganz gewaltig, ist dein Selbstvertrauen. Das liegt vollkommen in deiner Kontrolle. Aussehen nicht so sehr. Du kannst dich gut drum kümmern, das solltest du auch. Aber Selbstvertrauen, das ist der Aspekt, um den du dich wirklich kümmern kannst. Und deswegen sollte darauf dein Fokus liegen, wenn du sagst, ich möchte Erfolg mit Frauen oder noch mehr Erfolg mit Frauen. Ich hoffe, das Konzept ist soweit klar geworden. Wenn du dazu Anmerkungen, irgendwelche Fragen oder Videoideen hast, schreibst du mir gerne in die Kommentare. Ansonsten sexy, dass du wieder dabei warst. Du Zuschauer, der jeden Tag hier auf dem Channel ist. Jeden Tag, wenn ich ein Video mache. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Aktiviere auch die Glocke unter mir. Kannst du dich für das Online-Coaching eintragen, wenn du dort noch nicht eingetragen bist. Gratis Online-Coaching, da kriegst du regelmäßig von mir Mails mit weiteren Informationen. Nimm daran teil, wenn du noch nicht im Online-Coaching bist. Und rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle. Klick auf dieses Video, schau das. Dir wird es weiterhelfen, wenn du dieses Video gesehen hast. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, einen geilen Abend. Und ciao.